Hey ho Wobbly Freunde, was geht's? Moinsen! Dann sind wir wieder in Wobbly! Yes, Wobbly Live Winter Update ist da. Ja. Bei uns ohne Bugs, wenn ihr wilde Pommes guckt, da waren irgendwie Bugs im Video. Oh oh. Vielen Dank an Pommes für die schnelle Lösung, falls wir einen Bug haben. Aber ich glaube es ist gefixt. Also können wir ganz normal zocken. Let's go! So Leute, ich hab mir einen neuen Controller gekauft. Ja. Mann, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen möchte ich mich manchmal komisch an. Genau, lass es doch schwächeln noch ein bisschen, neuer Controller. Er hat jetzt wieder viel mehr Kontrolle über sein Leben. Dann bin ich der beste. Okay, let's go. Ich will jetzt erstmal ein neues Winter Update. Ey, bleib stehen! Wo sind die Schneemänner? Aber warte mal, warte mal. Ich hab gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ach nee, das war ja bei den Zuckerstangen. Egal. Wo sind die Schneemänner? Keine Ahnung. Schneemänner. Die sind doch sonst überall. Äh, geht das jetzt alles wieder von vorne los? Nein, das ist ein Schneemann. Ah, hier ist wieder diese Hütte. Ja. Das ist dieser lustige Elf, der die Zuckerstangen einsammelt. Ja. So, hier ist ein Schneemann. Oh, zack. Ich hab 200. Oh, ich hab nur 160. Äh, zählt ihr die Schneemänner vom letzten Mal mit? Ja. Okay. Hat der schon immer. Weil das war jetzt mal, okay. Also ich hab insgesamt 2,3 Schneemänner überfahren. Ja. Okay. Ich hab jetzt gesagt 160. Da ist noch einer. Hab ich mehr wie du? Ja. Es war da leid. Äh, gibt es auch irgendwas? Gibt es was Neues an Kleidung? Bei allen 10 kriegst du Geld. Okay, weiß das schon jemand, ist irgendwas Neues dabei? Keine Ahnung. Oder kriegen wir einfach nur... Stimmt. Achso, ja, wenn ich alles schon habe, krieg ich einfach nur Geld, ne? Ja. So, komm, lass uns die 10 voll machen. Hier ist noch einer. Ja. Äh. Okay, ich weiß jetzt... Oh, scheiße. Wir hatten damals so eine geile Route, wo immer was stand. Zack, okay. Die hab ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Der letzte Winter ist lange her. Da oben ist noch einer. Komm da noch mal rein. Aber bei dir zählen die nicht, oder? Nö. Okay, da arbeite ich jetzt gerade nur für mich. Da ist eine Zuckerstange. Oh, die steht. Ich nehm die mit, Alter. Sogarstange. Was da hin, so ein Schlimmer. Ich will mal gucken, ob es... Naja, ich hab noch eine Zuckerstange gefunden. Gibt es irgendwas Neues? Ich find mehr Zuckerstange, als du Schnee mehr nachfindest. Sicher. Ja, ich hab schon eine Zuckerstange. Du brauchst zwei Stückchen. Lass doch eine. Aber ich kann nicht mehr mitmachen. Ja, ich möchte eigentlich nur mal schnell wissen, ob es was... Aber die Zuckerstange sind größer geworden. Ob es was ganz Neues gibt. Aber ich glaub's fast nicht. Oh, ich hätte mal den Schneeband erbautet. Oder ob es einfach... Ich habe gleich die 10. Einen brauch ich noch. Und da kommst du mal her, ey. Ja, dann hol ich dich wieder ab. Ich möchte nur wissen, ob es was Nagel... Da hinten ist einer. Was Nagelneues oder ich krieg bestimmt nur Geld, oder? Ich krieg's nur Geld. Ja, ich hab nur Geld, okay. Also Leute, es gibt nichts Neues. Hilfe. Hier ist ein Schneeband. Wo bist du da hin? Komm, ich höre dich ab. Ich hab' einen Schneemann gebaut. Du hast einen Schneemann gebaut. Ich hab' den Schneemann mit dem Zuckerstange kaputt gemacht. Warte. Aber wenn wir Zuckerstange sammeln wollen, dann brauchen wir... Ja, die stehen jetzt immer. Nein. Nein, jetzt liegen sie. Ich hab' die perfekte Zuckerstange. Nimm die mal und dann mach' mal Kofferraum auf. Warte, ich mach' mal. Komm, wir nehmen die. Okay, dann lass uns einmal kurz zu dir das eine Elfe. Aber ich geb' die ab, Mann. Ja, ja. Ich hab' noch nicht alles. Naja, diesmal... Nee? Nee, ich glaub' nicht. Du hast mehr. Oh, meine fällt wieder raus. Mach's so! Okay, ich bin mit dir drinnen. Ja. Ich steig' dann vorne ein. Warte, wir haben den Knopf getreffen. Ah, okay, los geht's. Let's go. Also Leute, leider bei Schneemann, es gibt nichts Neues. Ja. Aber für Rubberband Games, ich hab' ne geile Idee. Aber mich hört keiner. Haha. In dem Schnee-Update, ne? Da wär' es so geil, wenn man irgendwie Schneebälle machen kann und werfen kann. Auf andere Wobblis. Haha. Das wär' so geil. Also, äh, falls mich irgendjemand da draußen hört, in Wobbly-Live Winter-Update Schneebälle machen und irgendwie werfen auf Wobblis. Das wär' so cool. Äh, äh, oh mein Gott. Also ne Schneeballschlag. Warte. So, komm, lass mal jetzt zusammen. Äh, sind die auf der Karte markiert? Äh, ja, ich glaub schon. Da hinten, da. Ja. Du weißt, warte, lass uns doch mal hinfahren. Ja, mach mal die Schuhklappe. Äh. Ja, Wobblis. Zack, ich komm rein. So, du hast, ich brauch' nämlich noch ein paar Zuckerstrang, ich muss noch fleißig sammeln. Ja, lass mal Zuckerstrang gucken, was da passiert. Äh. Aber ich hab' das üble Gefühl, dass, äh, dass, äh, diese ganzen Wintersachen es quasi einmal gibt, ja. Und jetzt hat immer jeder nochmal, äh, nachträglich die Chance, sich das auch zu holen. Hallo. Wir wohnen mit Cloud-Elfen. Ja, ich hab' eine. Wieso hab' ich eine? Hä? Ich glaub' ich. Ich hab' 52. Meiner mitgezählt. Äh. Äh. Du ekliger. Du klaus' dir meine Zuckerstrang. Du hast sie für uns beide abgegeben. Nimmst du auch ein Geschenk? Hallo. Ich hab' nicht. Aber wieso hab' ich jetzt nur 2 und du hast 52? Äh. 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 Ich weiß es nicht. Komm, lass mal ein Geschenk für... Ich glaub' mir die Geschenke. Ah, stimmt. Das sind ja unsere Geschenke. Genau. Also Leute, guckt euch mal unser letztes Video an, ne? Ja, wir mussten Tom helfen. Wir haben Tom geholfen. Oh mein Gott, ich hab' geschenkt. Ich hab' die Geschenke noch nie wieder wendet. Wuhu. Ich mach' die da wieder hin. Das sind aus unserem letzten Video die Geschenke. Ok, die haben wir extra gebastelt fürs Update. Da sind sie! Ja. Wir müssen weiter einen Zuckerstrang sammeln. Alles klar, vielen Dank. Ciao. Tschöel! Da ist ein Schneemann. Wie viel hast du? 162m... Oh nein. Ok... Also die Schneemänner zählen nicht für zwei, aber scheinbar die Zuckerstangen. Ja. Das ist interessant. Das ist unfair. So, da ist noch ein Schneemann. 64. 164. Also Leute, ich habe es jetzt nicht mehr am Kopf, was ihr alles für Outfits kriegt, wenn ihr die ganzen Schneemänner umfahrt. Aber ich weiß, wir haben einen Shorts. Wir haben einen Shorts, da seht ihr, wenn ihr alle 100 Schneemänner umfahrt, glaube ich, 100, sonst 100, ich glaube ja. Keine Ahnung, 150. Was ihr da bekommt, sonst guckt einfach mal auf den Kanal, sucht nach dem Shorts und dann wisst ihr, was ihr kriegt und ob ihr es haben wollt. Aber ich denke, ihr wollt es haben, oder? Jeder will es haben. Jeder will es haben. Und das dauert echt nicht lange. Nein, also ist es recht flott. Na, wenn du da ein schnelles Auto hast, dann kriegst du es eigentlich schon recht schnell. Okay, dann ist jetzt scheinbar nach dem Winter-Update hat sich nicht viel geändert. Aber wir wollen nicht rummeckern. Also das letzte Update war der Mega-Hammer. Und jetzt haben wir einfach wieder Schnee und Schneemänner. Ist alles okay. Alles wunderbar. Wenn ihr ein bisschen was gemalt habt. Ich habe auch drei. Und wir drücken allen die Daumen, dass wenn ihr was geiles gemalt habt, dass wir im nächsten Update echt euer Skin dabei ist. Da sind wir gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, Wobbly Winter, ich und Lasse sind gerade nur zu zweit. Ja, aber wir können ja auch mal Wobbly Winter Livestream machen, wo der nach mir losgeht. So, und dann würde ich sagen, ist erstmal für heute. Äh, Like und ein Abo da. Jawohl, Winter-Update ist da. Ja, das sind meine Geschenke. Ja, ihr könnt euch jedes Winter-Update schnappt euch ein großes Auto und sucht ganz viele Zufallstaben. Genau, also in die Höhle kommen wir immer noch nicht rein. Und dann würde ich sagen, Like und Abo nicht vergessen. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.